Da haben wir ein abstraktes Bild aus dem Jahr 98. Der Titel vom Bild ist Meditation 1. Es ist in Dusche und Acryl gemalt. Ich habe da mehrere Bilder in verschiedenen Formen, mit verschiedenen Mustern gemacht. Eines in blau, eines in grün, eines in rot, eines in violett. Einige von diesen Bildern hängen im Landhaus in Bozen. Diese Bilder seien in der Herstellung sehr kompliziert. Denn man muss das Bild in einem Mal durchmalen, damit die Struktur stimmt und nicht krasse Unterschiede im Strichwesen sein. Denn wenn man da einige Stunden aussetzt, dann hat man immer den Rhythmus, den man hat, wenn man anfängt. Und das würde im Bild sehr störend wirken. Vielen Dank. Vielen Dank.